Hallo zusammen! Hinter uns sieht man, dass die Verkehrswende dringend nötig ist. Heute der Auftakt zum Stadtradeln. Ich bin gern auch wieder wie im letzten Jahr dabei und hoffe, dass dieses Jahr wieder ganz ganz viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler mitradeln. Hoffentlich noch mehr als letztes Jahr und wichtig ist, dabei sein ist alles. Egal wie viele Kilometer der Einzelne oder die Einzelne fährt. Hauptsache man hat Spaß dabei und lernt auch kennen, dass man mit dem Fahrrad sich im Wuppertal auch bewegen kann. Natürlich heutzutage am besten mit einem Pedelec, wenn es bergrauf, bergrunter geht, klar. Aber deswegen müssen wir alles dafür tun, dass auch die Infrastruktur hier in dieser Stadt für die Radfahrenden besser wird. Deswegen haben wir jetzt ein Radfahrerkonzept neu aufgelegt und da hoffe ich mal, dass der Rad der Stadt demnächst auch wegweisende Beschlüsse fasst, um das umzusetzen. Bis zum nächsten Mal, komm her. Das war's, Mann! Vielen Dank. Vielen Dank.